Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir sind mindestens genauso witzig wie Deadpool. Wetten. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Ankerwesen. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Ja, heute mal seit langem wieder eine Filmbesprechung. Und was haben wir als letztes gemacht als Film? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich würde fast sagen... Herr der Ringe oder so gewesen. Ja, Godzilla Minus One, glaube ich, war die letzte. In der Tat, ja. Kann gut sein. Nee, haben wir über Dune 2 geredet? Bitte was? Dune 2. Ach so, über Dune. Ich habe gerade Doom 2 verstanden. Nicht, dass ich mich überhaupt an Doom 1 erinnern könnte. Großartig. Also kann ich noch so ein bisschen, geschweige denn, dass es davon einen zweiten Teil gibt, den ich geguckt habe. Nein, wir haben natürlich auch über Dune geredet. Hast vollkommen recht. Aber das war, ehrlich gesagt, dann auch schon seit einer ganzen Zeit. Das war definitiv die letzte. Also von daher, wir waren mal wieder im Kino. Ja. Sogar zeitnah. Und haben uns Deadpool und Wolverine angeschaut. Und bevor wir da aber im Detail drüber sprechen, für alle, die heute zum allerersten Mal da sind, Michael, wir haben ja gerade aktuell auch wirklich einen guten Output. Ja. Das Wichtigste ist, ganz, ganz wichtig, dort findet ihr mehrere Knöpfe. Unter anderem den Feedback-Button. Und wenn ihr auf diesen Feedback-Button klickt, dann könnt ihr uns entweder eine WhatsApp-Nachricht schicken an die 01525-964-7709. Gerne auch als Sprachnachricht. Geben wir dann mit in die Sendung hier rein. Ihr schreibt eine E-Mail an die Info at nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit unter nerdizismus.de slash Discord auf unserem Discord-Server. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict. Und bei iTunes ist mal wieder eine neue reingetrudelt, also eine schriftliche neue. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Danke für diese gehaltvolle Bewertung. Vielen Dank dafür, denn das hilft einfach immer dem Algorithmus und das ist ja auch das Brot des Podcasters. So, Feedback entsprechend keins. Jetzt sind wir wieder da im MCU, wo wir also erstmal ganz oft versprochen haben, dass wir noch diese komische Secret-Invasion-Sache machen, die wir dann nicht mehr gemacht haben. Dann haben wir niemals über Echo gesprochen. Dann haben wir niemals über Echo gesprochen, was ich bis heute noch nicht geguckt habe. Habe ich völlig vergessen Echo. Gucke ich auch wahrscheinlich nur aus Chronistenpflicht, weil ich halt das ganze Netflix-Marvel-Gedöns rund um Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil und so weiter halt ziemlich gut fand. Und ich deswegen durchaus ein kleines Fable für Daredevil habe und mich freue, wenn ich ihn wieder sehe, auch wenn es wahrscheinlich mit dem ganzen Netflix-Kram nichts bis wenig oder kaum was zu tun haben wird. Und jetzt sind wir doch tatsächlich nach, ja, sechs Jahren wieder bei Deadpool angelandet. Ja, ganz schön lange her. Also sechs Jahre ist das her. Das ist wie bei Mad Max Fury Road und Furiosa, der auch schon von 2014 oder 2015 war. Ja, das war doch erst gestern. Schau mal, Endgame war auch 2019. Das ist schon wieder eine Weile her. Aber ist ja auch eigentlich nicht schlecht. Denn, ehrlich gesagt, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Deadpool würde ja auch nicht wirklich sein. Nee, überhaupt nicht. Aber dass das so lange her war, hatte ich jetzt wirklich auch nicht auf dem Schirm. Und darüber wollen wir heute sprechen. Da wird es natürlich zu Spoilern kommen. Von daher, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch die ganzen Easter Eggs und Cameos, soweit ihr nicht sowieso schon online gespoilert wurdet, euch egal sind, dann bleibt gerne dran. Ansonsten würde ich euch wahrscheinlich empfehlen, guckt ihn euch erst an und kommt dann vielleicht in zwei, drei, vier Tagen nochmal wieder. Ja, so. Das jetzt aus dem Weg, würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall mal an mit dieser Geschichte, bei der ich ganz ehrlich sagen muss, grundsätzlich mochte ich den Film. Und das sahen wie viele Leute auf Rotten Tomatoes auch so. Was meinst du? Ach, bestimmt ganz schön viele. Das Ding geht dermaßen ab im Internet. Also, ich könnte mir vorstellen, dass bei Rotten Tomatoes der Audiencescore relativ hoch ist, sagen wir mal, irgendwann irgendwie zwischen den 85ern bis 90. Ha, sogar 97. Wow, nicht schlecht. Ja, der Criticscore ist dafür mit 79 eher mittelmäßig, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn der Feuilleton, und ich sehe ihn ab und zu bei den Kölner Pressevorführungen da drin sitzt, der A, naja, aus dem Feuilleton halt schreibt und B, du musst schon für diesen Film schon, da muss man schon Hardcore-MC-Unist sein, um den wirklich in seiner ganzen Fülle genießen zu können. Ja, beziehungsweise noch nicht mal MCU-Unist. Denn das, was vom MCU da vorkommt, das ist eigentlich die TVA und die TVA, die Time Variance Authority, wird einigermaßen gut erklärt. Man muss eher bewandert sein in 24 Jahren 20-Century-Fox-Marvel-Filmen, also alles, was bei Blade angefangen hat, über die X-Men-Filme hin bis zu kuriosen Sachen wie Elektra und Co. Also, das ist eigentlich der große Abgesang, das große Goodbye auf die ganzen Fox-Produktionen. Ja, und für viele auch ein schönes Farewell. Und bevor wir nochmal einsteigen, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja noch was, du sagst, der Film macht gerade das Internet verrückt. Ja, das Nerd-Internet durchaus. Aber etwas anderes hat am Wochenende das Nerd-Internet noch mehr verrückt gemacht. Und darüber muss ich mit dir einfach vorher noch reden. Robert Downey Jr. spielt Doctor Doom. Also, am Wochenende bei San Diego Comic-Con. Und das ist eigentlich eines der größten Nerd-Ereignisse des Jahres und oft gehen entweder Warner DC oder Marvel dahin und hauen da ihre großen Announcements raus. Diese ganzen Listen, welche Marvel-Filme kommen, die sind immer auf der San Diego Comic-Con präsentiert worden. Und dieses Jahr hat man sich gefragt, was hauen sie denn dieses Jahr raus? Weil eigentlich ist, nachdem viel im MCU eher nicht so gut gelaufen ist, Zeit für so eine kleine Kurskorrektur. Und sie haben definitiv den wahrscheinlich Google-Ranking-Award und den Hashtag-Award damit bekommen, dass die drei Filme präsentiert haben. Es war, ich glaube, Deadpool vs. Wolverine, Deadpool vs. Wolverine haben sie nochmal vorgestellt, die Fantastic Four, das Reboot, das MCU-Reboot, was, glaube ich, nächstes Jahr ins Kino kommen wird. Und dann haben sie über die nächsten zwei Avengers-Filme geredet, die eigentlich, wie wir uns sehr erinnern an die Leute, die das verfolgt haben, Kang Dynasty und Secret Wars sein sollten. Weil die haben ja in der letzten Phase des MCUs groß Kang the Conqueror aufgebaut. Problem ist, dass der Schauspieler, auf den sie die ganze Phase gesetzt haben, ein bisschen Mist gebaut hat. Also, Jonathan Majors. Und dann entsprechend auch letztes Jahr oder so, dieses Anfang diesen Jahres von der Rolle komplett gefeuert wurde, ist nur halt schlecht, wenn du deine ganze Geschichte darauf auslegst. Also, kleine Kurskorrektur. Und dann haben sie gesagt, wie denn die Filme heißen werden. Zwei große Ankündigungen in diesen Filmen. Erstmal, das Regisseur Bingo hat aufgehört, das Directors Bingo. Denn nachdem sehr viele Namen damit verbunden worden sind, auch zum Beispiel Sean Levi, der den Deadpool- und Wolverine-Film gedreht hat, haben sie doch in der Tat den Coup gelandet und die Rousseau-Brothers zurückgebracht, die Civil War und die Avengers-Filme nach Civil War alle gemacht haben. Unter anderem auch Infinity War und... Endgame. Endgame. Und ja, das ist im Prinzip, die haben vorher gesagt, die wollen es eigentlich nicht wieder machen, die wollen was Eigenes machen. Leider sind die Projekte von denen nicht ganz so durchgestartet. Deshalb haben sie sich gedacht, okay, Avengers-Filme können wir, finden sie geil und die sind zurückgekommen. Erste große Ankündigung ist schon ein paar Tage vor der San Diego Comic-Con geleakt. Und dann kommen sie auf die Bühne raus und sagen den Titel, der erste Film, also der zweite Film wird weiterhin Secret Wars heißen, Der erste Film wird nicht mehr Kang Dynasty, sondern Doomsday, Avengers Doomsday heißen, wird 2026 rauskommen. Victor Van Doom, einer der großen Bösewichte und einer der Lieblinge vieler Comic-Fans, wird darin den Hauptvillen, den neuen Thanos quasi spielen. Hatten sie auf der Bühne, kann man sich schön im Video ansehen, ganz viele Leute mit Dr. Doom-Masken aufgestellt. Da haben wir gesagt, es gibt nur einen Schauspieler, den wir dafür einsetzen konnten. Gehen zur Seite, es tritt ein Dr. Doom in grün hervor, nimmt die Maske ab und wer ist darunter? Robert Downey Jr., Tony Stark himself. Tja, der sich auch präsentiert in einer Pose, als wäre er Tony Stark. Ja, auch mit der schönen Brille, ne? Ja, also... Es macht Sinn. Es macht Sinn. Dann erklär es mir, warum macht es Sinn. Also abgesehen, dass jetzt hier auch No One Ever Really Gone ist und natürlich mit dem Multiverse, das sie ja beibehalten, habe ich natürlich sämtliche Optionen mit allem, was ich machen kann. Ich kann ja einfach alles jetzt behaupten und jeden wieder zurückbringen. Okay, so weit, so gut. Trotzdem, erklär es mir, warum macht es Sinn? Also Tony Stark war quasi derjenige, dass er MCU aufgebaut hat, die ganzen Marvel-Filme, die Avengers-Teen. Also die Leuchtfigur, eigentlich, um es Deadpool und Wolverine zu sagen, der Kerncharakter, der, wie sie es auch immer in dem Film nochmal genannt haben, der Focus-Point-Charakter, das war Tony Stark in diesem ganzen Universum. Und danach ging es nicht mehr gut weiter. Wir hatten das Multiversum und es lief nicht mehr. Also er war das Shining-Example, das leuchtende Beispiel für dieses Universum. Und wenn man jetzt schon Kang nicht mehr hat, wer kann dieses Universums ins Chaos stürzen? Eigentlich genau das Gegenteil von Tony Stark. Einer, der nicht den Weg der Besserung in den ganzen Filmen durchlebt hat, sondern in irgendeinem Zeitpunkt seiner Story so vom Leben und von der Welt enttäuscht war, dass er genau das Gegenteil, und zwar die Zerstörung des Universums, anstrebt. Wir erinnern uns, so in Age of Ultron und Co. hat Tony ja auch immer so mit dieser dunklen Seite geliebschaftet. Ich möchte einen, ich möchte Amor um die Welt machen. Ich möchte die Welt eingrenzen mit einem Schutzschild und sie dadurch schützen. Und das macht durchaus Sinn, dass dann derjenige, der das Marvel-Universum gerettet hat, auch dann eine Variante von ihm diejenige sein wird, die das Ganze wieder ins Chaos stürzen wird. Also du gehst davon aus, dass es auch ein Tony Stark ist, halt von Erde 378.000, der einfach im Grunde genommen an irgendeiner Stelle falsch abgebogen ist und statt Iron Man als Dr. Doom wieder rauskam. Genau, weil wir sind in einer ganz anderen Zeit als um 2010, 2012 rum, als die Avengers rausgekommen sind und man viele Filme Zeit hatte, um Thanos aufzubauen. Wir erinnern uns, die ganze Phase 1, 2 und 3 hat eigentlich da gebraucht, um Thanos als den Big Bad des Ganzen aufzubauen. Etliche Filme, ich glaube, wir waren allein schon 18 Filme durch, bis dann der große Bösewicht überhaupt in Aktion getreten ist. Diese Zeit hat man jetzt nicht mehr, beziehungsweise diese Zeit hat man sich dadurch ein bisschen verbockt, dass das mit Journalist & Majors nicht gut gegangen ist und dass man ehrlich gesagt das Marvel-Universum unglaublich verwässert hat durch alles, was in den Jahren passiert ist. Es sind nicht mehr nur noch ein paar Filme rausgekommen, es sind etliche, gefühlt tausende Serien und kein Schwein guckt dem hier nach. So Endgame war der natürliche Endpunkt für viele, nicht mehr weiter zu gucken, weil es einfach zu komplex geworden ist, wie auch in den Comics, um dem Ganzen zu folgen. Und ja, da man jetzt keine Zeit mehr hat bis zum nächsten Avengers-Film und 2026, ja auch schon sieben Jahre seit Endgame, seit dem letzten Avengers-Film vergangen sind, macht man einfach das, was in der Progression des MCUs durchaus sinnvoll ist. Man hat keine Zeit, einen Weg davon, Doom von Anfang an aufzubauen, ihn in den Fantastischen Vier einzuführen und ihn dann langsam als Bedrohung mit reinzubringen. Nee, man hat die Bedrohung des Multiversums und wir haben jetzt diverse Variants gesehen. Nicht zuletzt jetzt in Deadpool vs. Wolverine, wo eine Wolverine-Variant als Hauptfigur aufgetreten ist. Und erinnern wir uns daran, dass die Loki-Serie ja auch eine Variant von Loki war und nicht der Loki, den wir kannten. Also wir sind mit dem Konzept zumindest vertraut, dass es Variants gibt. Und klar, also ganz klar sind da auch noch wirtschaftliche Faktoren. So ein Tony, so ein Robert Downey Jr., den kennt jeder und dann will am Ende jeder wissen, wie fucking Robert Downey Jr. ins MCU zurückkommt. Naja, das heißt also, du glaubst, dass die Origin-Story von Victor von Doom, also der da so ein Herrscher in so einem Balkanstaat ist und so weiter, die lassen sie also außen vor? Oder glaubst du, dass sie... Ja, sie werden sie anpassen. Okay. Ich glaub, sie werden sie anpassen. Sie werden schon Tony Stark als Ursprung nehmen und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendeinen bekannten Zeitpunkt nehmen, an dem er einfach ins Dunkle abdriftet. Ich glaub nicht, dass sie ihn von Kind an einen anderen werden lassen, sondern dass wir vielleicht eine bekannte Stelle, sei es ab dem ersten Avengers-Film von der Zeitlinie her, sehen, wie Tony Stark einfach zu jemand anders wird, sei es in Civil War, wo er dann gegen alle quasi alle gegen sich hatte und dann hätte er auch zum dunklen Anführer von Amerika werden können, um die Superhelden zu unterjochen, so ungefähr. Und jetzt stellen wir uns mal einen Tony Stark vor, der ganz in die Ecke getrieben ist. Vielleicht sind diverse von seinen Freunden getötet worden. Vielleicht hat er auch versagt gegen Thanos und entsprechend nimmt er einen ganz anderen Weg und sagt, es gibt so viel Böses im Universum. Ich möchte das jetzt erst mal, das Typische, ich möchte das Universum zerstören, um es neu aufzubauen. Also, nach diesem Eingeständnis, dass das ganze Multiverse halt ein großer Crap war, hat man sich gedacht, okay, gehen wir zurück, was die Leute auch kennen. Ich mein, Doctor Doom ist auch bekannter, das muss man halt auch sagen. Also, ganz ehrlich, von Kang the Conqueror, das ist ja schon was für Hardcore-Comic-Leute. Also, den normalen Kinogänger, den holst du mit Doctor Doom ja fast gerade mal so ab, aber mit Kang the Conqueror, da war gar nichts mehr zu holen. Ich sage ja immer noch, ich freue mich, aber ich freue mich nicht, weil ich finde die Entscheidung doof. Ganz ehrlich, ich finde die dumm. Also, wirtschaftlich und so ist die natürlich unter Umständen nicht dumm. Aber so finde ich die dumm, weil das wäre jetzt mal die Chance gewesen, mal jemand Neues aufzubauen. So gehen wir jetzt halt hier auch bei diesem No One's Ever Really Gone. Aber das ist halt inzwischen bei allen Franchises so. Und am Ende bekehren sie ihn noch und er wird dann noch seine Iron Man-Uniform anziehen. Who knows? Ja, who knows? Aber... Es wird ein großer Redemption-Arc für ihn wahrscheinlich sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wahrscheinlich sogar ein guter Weg ist, um noch mal einen kompletten Cut bei dem Ganzen zu machen. Nach diesen Phasen, nach Secret Wars, wird es zwangsläufig ein gewisses Reboot geben. Also auch in den Comics nach den Secret Wars ist glaube ich da nebenbei das Ultimate-Universum entstanden, wo zum Beispiel Miles Morales Spider-Man war und nicht mehr Peter Parker und solche Sachen. Denn die haben jetzt die Möglichkeit, quasi alles niederzureißen, um uns langsam neu aufzubauen und vor allen Dingen die Fans wieder abzuholen, wo viele echt ausgestiegen sind. Hier Timo, der ja auch schon öfters in unserem Podcast mitgewirkt hat und auch mit mir über MCU-Filme schon gesprochen hat, der hat bei Endgame aufgehört, irgendwas zu gucken. Der hat zwar noch Loki geschaut, aber alles andere ist dem völlig egal. Der war froh, dass er nicht mehr weitergucken musste und ist froh, dass er nicht mehr weitergeguckt hat. Also irgendwie muss man die Leute ja wiederbekommen und ein Reboot. Und wenn es dann halt ein In-Universe-Reboot wird, was auch noch Sinn macht und wo die Leute wissen wollen, wie es passiert, das könnte einfach der große Clash hierfür sein. Und der Start in was Neues, um das MCU aus der Misere rauszuholen, in der es gerade ist. Bin ich skeptisch. Bin ich wirklich äußerst skeptisch. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich muss zugeben, der Film hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und mir gefallen. Aber er bringt meiner Meinung nach ein ganz großes Problem zum Tragen. Und ich würde mal sagen, beim Stichwort Easter Egg beziehungsweise Cameo wird man bei Wikipedia ab sofort diesen Film als Paradebeispiel dafür Filme führen. Ja, also wenn wir uns bei Star Trek Lower Decks schon ein bisschen drüber lustig gemacht haben, wobei da ist das ja, wie hier auch ist, sowas funktioniert natürlich auch nur in der Comedy. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem führt es einem vor Augen, zumindest ging es mir beim Gucken so. Und das waren nicht nur die Dinge, die im Hintergrund zu sehen waren, an irgendwelchen Büros von Happy etc. pp. Sondern auch bei den ganzen Charakteren, dass ich als jemand, der da durchaus ja involviert ist und interessiert ist, auch so ganz langsam den Überblick, nein, Punkt, nicht so ganz langsam, ich habe den Überblick echt schon fast verloren. Vor allem mit dem ganzen X-Men-Kram. Und der dann jetzt dann da auch noch rein. Die MCU-Filme kann ich mir gerade noch so merken, aber alles, was da jetzt von außen nochmal dazukommt, der habe ich ja teilweise überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also so ein Charakter wie Gambit, der dann von Channing Tatum gespielt wird, dass der schon mal irgendwann durch irgendeinen Fox-Marvel-Film gehopft ist, der habe ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnert. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also dieser ganze Film ist quasi ein Fanboy-Gasmus, so ein bisschen. Ja. Cameo-feste, Sondergleichen. Aber was es das Ganze möglich macht und warum es für mich funktioniert, ist, dass es einfach eine Comedy ist und deshalb die den Bogen gerne überspannen kann. Ich stelle dir einen anderen Film vor, der so viel im Hintergrund gebracht hat. Gucken wir uns Doctor Strange and the Multiverse of Madness an, als dann Doctor Xavier wieder vorgekommen ist und dann Reed Richards in Form von John Krasinski und solche Sachen. Das waren so ein bisschen, was man mit diesem Begriff Gratuitous Cameo sagt. Also es ist nur wegen des Cameo-Willens drin. Und das vermeidet dieser Film dadurch, dass es erst mal in so einem Universum spielt, wo die ganzen Variants vorkommen können und dadurch, dass es einfach nur, es ist ein Riesenspaß und der ist sich ja auch die ganze Zeit selbstbewusst, dass das einfach völlig gekrappt ist. Wolverine, Deadpool kritisiert ja auch die ganze Zeit einfach nur das MCU, dass wir jetzt an einem Low-Point von MCU sind. Ja, allerdings. Ja, gehen wir mal ganz kurz die Formalien durch. Der Film ist erstaunlich kurz, mit 128 Minuten. Er kam mir länger vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich mich gelangweilt hätte, aber er kam mir länger vor. Regie hast du schon gesagt, Sean Levy. Der ist im Superhelden-Genre, ja, also jetzt im MCU neu. Da hat er vorher ehrlich gesagt noch nichts gemacht. Er hat allerdings maßgeblich Regie geführt bei Stranger Things. Er hat auch schon bei Free Guy mitgemacht. Da hat er auch schon mit Ryan Reynolds zusammengearbeitet. Übrigens ein Film, der durchaus lustig war. Er hat nachts im Museum 1 und 2 gemacht. Er hat hauptsächlich Komödie gemacht, im Dutzend billiger, voll verheiratet, Lügen haben kurze Beine. Also ganz viele Rom-Coms, die er sowohl produziert als auch Regie geführt hat. Dann haben wir die Musik von Rob Simonson. Der hat im Echt zu sein Musik gemacht, die mir, die ich von Filmen, die ich kenne, aber Musik, die mir nicht im Ohr geblieben ist. Also ich habe Life of Pi gesehen. Ich habe Könige der Wellen gesehen. Ich habe auch 500 Days of Summer gesehen und noch einige andere Dinge, die er gemacht hat. Aber mir ist ja die Musik ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich im Hirn geblieben. Und genauso geht es mir ehrlich gesagt auch bei diesem Film. Hier ist die Musik einfach nur Untermalung, wenn du mich fragst, um das, was ich sehe, nochmal irgendwie emotional ein bisschen zu unterstreichen. Und auch, um in der Musik das ein oder andere Cameo abzufeiern. Ja, und auch hier, der Score ist in dem Fall ja auch weniger wichtig, als die klassischen Song-Einlagen. Genau, richtig. Bye, bye, bye oder Madonna und so. Ganz genau. Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Also von daher ist da die ganze Geschichte eigentlich eher auf diese Songs gemünzt, was man sich ja dann durchaus von James Gunn und den Guardians abgeguckt hat. Hauptrollen, Ryan Raylund, Hugh Jackman haben wir schon gesagt. Hatte aber, da möchte ich einmal unterbrechen, Deadpool und Deadpool 2 haben auch schon stark mit Popsongs gespielt. Ja, wenn nicht so, haben sie sogar mehr mit Rap-Songs gespielt? In dem rechten Sinne? Das auch, aber auch mit klassischen Popsongs. Okay. Ja, also Ryan Reynolds als Wade Wilson, a.k.a. Deadpool, dann Hugh Jackman als Logan. Und dann haben wir die erste neue im Bunde, nämlich Emma Corrin als Cassandra Nova. Und Emma Corrin habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr The Crown geguckt habt, denn da hat sie Lady Di gespielt in zehn Folgen. Die jüngere, genau, die jüngere Variante. Genau. Das war, glaube ich, so die herausragendste Rolle in ihrem noch relativ kurzen Schaffenswerk. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich nur alte Bekannte. Und ich lese jetzt einfach mal der Reihe nach vor, wer da so vorkommt. Wir haben erst mal Pyro. Pyro haben wir auch gesehen in den alten X-Men-Filmen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, war auch einer von diesen Charactern. Das habe ich erst gecheckt, als er dann sozusagen die Flamme von Chris Evans dann mehr oder weniger erstickt, weil er selber halt ein Feuertyp ist. Vorher habe ich sie nicht erkannt. Dann haben wir, gut, Morena Beckerin ist wieder dabei, die ja die Freundin von Wade Wilson spielt. Da habe ich noch so gedacht, hat die eigentlich in letzter Zeit schon mal irgendwie wieder ein paar Sachen gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ist sie mir seit Deadpool, was so die Filme und Serien angeht, gar nicht mehr. Also vorher habe ich sie öfter mal gesehen. Ja, in Homeland hat sie ja mitgespielt und dann hat sie ja in diesem unsäglichen Reboot von V die Besucher eine tragende Rolle. Und dann ist sie hier und da mal so die eine oder andere Serie gibt. Ich glaube bei SG-1 war sie auch mal dabei. Kurze Zeit. Bei Firefly natürlich sowieso unvergessen. Dann, ehrlich gesagt, die letzten Filme, die da so draufstehen. Home Invasion, Fernsehserie, The Endgame, Fernsehserie, zehn Folgen, Fast Charlie, sagt mir alles, gar nix. Aber okay. Ja. Man hat sie mal zwischendurch mitbekommen. War zum Beispiel bei Flash, hat sie eine Gastrolle dabei. Und dann auch noch bei anderen Dingen. Also sie ist, Gotham war sie ganz stark vertreten. Aber Gotham ist ja auch schon wieder ein paar Jahre vorbei. Also sie ist nicht ganz untätig gewesen, aber sie war auch schon mal mehr im Vordergrund. Definitiv, war auf jeden Fall schon präsenter. So, dann haben wir natürlich alle von den Partnern von Deadpool. Negasonic ist wieder dabei, Colossus ist wieder dabei, Blind Ale ist wieder dabei und so weiter. Die kennen wir ja alle schon. Aber der erste Cameo, was dann sozusagen war, war dann halt Happy, als nämlich dann der Deadpool ja auf die, auf die richtige, also auf unsere Erde sozusagen kommt, wenn ich das Richtige in der Nähe habe. Also das war ja dann die, die Erde 616, also die wahre Zeitlinie. Ist das eigentlich unsere Erde, die wahre Zeitlinie? Ja, also ich würde es vermuten in der Richtung, weil gerade zu Anfang von Iron Man hat man ja ganz stark auf die Parallelen zur jetzigen Realität aufgesetzt, ob es dem am Ende so ist. Wir sind wahrscheinlich auch nur eine Variant von irgendeiner Welt, wo keine Superhelden vorkommen. Ja. Aber das Wichtige an dem Cameo von Happy ist ja das, dass Jon Favreau erstens weiterhin Happy Hogan spielt, aber Jon Favreau ja auch das MCU begründet hat, weil er der Regisseur vom ersten Iron Man war und vom zweiten Iron Man und auch sehr viel weiteren Einfluss auf das MCU hatte. Jetzt ist er eher bei Star Wars unterwegs, aber früher Marvel. Also ich meine, ich bin jetzt so gegen Ende, sei es Oeuvres hin, nicht ganz immer mit ihm einverstanden gewesen. Trotzdem muss ich sagen, das ist schon ein cooler Job, den der hat. Also so mal so grundsätzlich. Es ist schon ein cooler Job. Also maßgeblich bei Star Wars und bei MCU mitzumachen, fehlt eigentlich nur, dass er vielleicht jetzt auch mal was bei Star Trek macht. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Dann, was haben wir denn noch? Ja gut, dann haben wir natürlich B-15, die kennen wir ja schon aus der Luki-Serie. Schön, sie wieder zu sehen. Ich mag die Schauspielerin, die Wumi Musaku. Finde ich immer nett zu sehen. Spielt auch diese Rolle immer ganz fantastisch. Und ich frage mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen, ist die TVA gut erklärt worden, wenn du Loki nicht gesehen hast? Ich glaube, sie ist genug erklärt worden. Wir wissen mehr dadurch, dass wir wissen, wie die TVA aufgebaut ist. Ansonsten in dem Rahmen des Films ist sie einfach eine Organisation, die sich um Zeitreisen kümmert und wo dann obere Vorgesetzte von ihm, vom Mr. Paradox hervorkommen. Ich glaube, es ist genug erklärt worden, um den Plot des Ganzen voranzutreiben. Okay. Zur TVA gehört auch Mr. Paradox. Der wird gespielt von Matthew McFadden. Und Matthew McFadden, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr The Last Kingdom euch angeguckt habt oder Die Säulen der Erde oder Die Drei Musketiere oder Robin Hood. Da hat er den Sheriff von Nottingham gespielt, aber jetzt den Robin Hood mit Russell Crowe. Und ich habe ihr das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen in Sterben für Anfänger, auf Englisch Death at a Funeral, wo auch Peter Dinklage mitspielt. Zusammen mit Grasgeflüster, der auch so um die Zeit rauskam, ich glaube ein bisschen früher, so zwei, drei Jahre früher. Zwei sehr, sehr lustige britische Independent-Komödien, die ich absolut nur empfehlen kann. Sterben für Anfänger und Grasgeflüster. Guckt sie euch an. Ihr werdet Tränen lachen. Dankt mir später. Aktuell ist er ganz stark bei Succession unterwegs, was ja ein Mega-Erfolg für HBO ist. Ich habe noch nicht reingeschaut in Succession. Ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich meine, es läuft ja nur seit 2018. Also hätte mal. Ja, er ist aber auf Sky unterwegs und ich habe nie Bock auf Sky, außer wenn ich es mal wegen House of the Dragon oder so gucken muss. Ja, habe ich auch immer nur temporär den ganzen Kram. Das stimmt. Wade Wilson, also Deadpool hat einen Freund. Peter. Peter Poole. Gespielt von Rob Delaney. Den habt ihr letztens erst in Argyle gesehen. Den habt ihr in Mission Impossible Recording in Teil 1 gesehen. Den könntet ihr aber auch gesehen haben in Fast and the Furious. In Deadpool 2 habt ihr ihn auf jeden Fall schon gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich da gar nicht mehr so an den erinnern. Der war von der X-Force der Einzige, der keine Kräfte hat und einfach nur dabei war, um dabei zu sein. Und er ist ein, der Einzige, der von X-Force auch überlebt hat. Überlebt hat, ganz genau, richtig. Und ich habe mir die Filme im Vorfeld die letzten zwei noch nicht mehr angeguckt. Das habe ich ein bisschen bereut, muss ich ehrlich sagen. Es war jetzt natürlich nicht essentiell, um dem ganzen Kram zu folgen, aber hätte ich mal lieber gemacht. Na gut, okay. Ja, ich glaube, die musstest du in dem Fall auch gar nicht sehen. Ich habe Deadpool 2 noch vor ein paar Monaten mal gesehen, weil ich mal wieder reingucken wollte und den ewig nicht gesehen habe. Und Deadpool 1 haben wir gestern, nee, vorgestern geschaut, um den noch mal zu gucken, weil wir, nachdem Chrissy auch in dem Ding drin waren, wirklich mit dem ersten X-Men-Film wieder angefangen haben. Und Alter, also so ein Jahrzehnt oder zweieinhalb Jahrzehnte, die machen schon einiges mit Filmen. Schaut man sich jetzt den ersten X-Men, das ist wie so ein Klassiker, wie so eine ganz andere Filmart, der gemacht hat, ganz ruhiger Film, auch gar nicht mal so viel Action, da wird auch gar nicht so viel gelabert, es ist immer hier Atmosphäre dabei. Es ist ein atmosphärischer Superhelden-Film, der aber mehr auf Charaktere eingeht als auf alles andere. Und auch Deadpool 1, der ist, fühlt sich deutlich handsamer und weniger Slapstick-artig an, als alles, was dann in Deadpool 2 und danach gekommen ist. Also, es ist krass, wie sich Marvel-Filme einfach in den letzten 20, 24 Jahre verändert haben. Und teilweise zum Guten, teilweise zum Schlechten. Ich muss gestehen, ich habe X-Men 1 schon x-mal geguckt, aber bin jetzt bei diesem Gucken auch ein, zwei Mal noch wieder eingeschlafen, weil der einen teilweise doch, also das ist kein Film, der in Karlauer alle zwei Sekunden raushaut oder die großartigste Action aller Zeiten hat. Willst du sagen, in deiner Aufmerksamkeitsökonomie triggert er dich nicht mehr? Natürlich, ja, absolut. In unserer TikTok-versauten Welt kann man sich gar nicht mehr auf seinen Film einlassen. Ich kann empfehlen, die nochmal anzuschauen. Da merkt man einfach, wie anders früher Superhelden-Filme waren. Und X-Men 1, ich meine, Bryan Singer, der jetzt auch durch diverse Skandale nicht mehr Hollywood-gesegnet ist und ihm den Rücken gekehrt hat. Der hat die X-Men-Filme auch damals so gedreht, dass er auf fast alle Comic-Verweise verzichtet hat. Der hat ja, glaube ich, sogar Comics am Set verboten und über die Comic-Figuren dazu sprechen, dass möglichst wenige Einflüsse von denen reinkommen. Einer der berühmtesten Sätze aus dem ersten X-Men-Film ist, als die die schwarzen Lederanzüge angezogen haben und Logan sich das erste Mal anzieht, muss es wirklich so Lack und Leder sein? Und wo dann, ich glaube, Cyclops sagt, was hast du erwartet, es gäbe Spundex. Und hier ist es genau umgekehrt mittlerweile. Ja, und daher kommt ja auch, dass Hugh Jackman ja so groß ist, also nicht künstlich noch klein gemacht wurde, als Wolverine. Genau, der ursprüngliche Wolverine war nämlich deutlich, deutlich kleiner. Ja, mit der Comic-Wolverine. So wie der OG, der Wolverine, den wir in diesem Film als Cameo sehen. Also kommen wir mal zu den ganzen Cameos und Gags, die wir da alle haben. Fangen wir mal mit den ganzen Wolverine-Cameos an. Ich habe sie mir nicht alle gemerkt. Wir haben also, glaube ich, das eine mit dem X-Men-Kreuz und dem Totenschädel, das kannte ich nur vom Cover. Ja, das ist auch durch das Cover größtenteils inspiriert. Genau, worum es da geht, wasn't it? Könnt ihr im Internet nachlesen. Dann hast du halt, wie du gerade eben schon gesagt hast, diesen OG Wolverine, der halt eigentlich so groß ist, wie Wolverine in den Comics halt ist, nämlich so knapp 1,60. Das war natürlich sehr, sehr spaßig. Den Henry Cavill-Gag habe ich nicht ganz gecheckt. War der mal als Wolverine im Gespräch oder war es einfach nur, weil Henry Cavill einfach im Nachbarset rumgelungert hat und nichts zu tun hatte? Es ist so ein bisschen Fan-Casting. Viele Leute haben sich ganz lange Henry Cavill gewünscht. Und natürlich, nachdem er nicht mehr Superman spielen darf, ist er natürlich ein kleiner Wink aufs DC-Universum gleichzeitig. Aber ja, nee, Henry Cavill, genauso wie Channing Tatum, ist eines dieser Fan-Castings, die nie stattgefunden haben, beziehungsweise Channing Tatum als Gambit. Du hast ja eben noch mal gesagt, Gambit, du kannst dich nicht mehr genau an Gambit erinnern. In dem unsäglichen Wolverine Origins-Film ist eine Alternative von Gambit vorgekommen, der mit seinen Spielkarten herumgespielt hat. Gambit ist aber besonders auch durch die X-Men-97er-Serie, die aus den 97er waren, wo es jetzt ein Disney-Sequel gab, ist Gambit einer der Lieblinge von vielen, die die X-Men mögen, weil er ist wohl einer der coolsten Mutanten überhaupt ist. Und nach Wolverine Origins, Volchett Channing Tatum, hat er sich bemüht, lange, lange, lange Jahre Gambit-Filmen auf die Beine zu stellen. Die haben etliche Skripte, glaube ich. Sie haben immer versucht, wieder neu anzugehen und die sind nie aus dieser Production-Hölle rausgekommen. Deshalb ist Channing Tatum hier als Gambit aufgetreten. Und hast du, als du mir geschrieben hast, da kommt so ein Cameo, da komme ich nie drauf, hast du damit dann Blade gemeint? Na, also ich meinte, ich wollte es natürlich nicht so offensichtlich machen. Ich meinte Chris Evans. Für mich das Großartigste kam mir überhaupt. Ich war mittwochs drin. Eine der ersten Vorstellungen. Und natürlich irgendwie nur Fanboys da drin im Original. Als dann die Szene kam, wo er aufgetreten ist und selbst Deadpool so ausgerüstet ist, oh, Captain, my Captain und so weiter. Als er seinen Mantel da weggemacht hat, hat das ganze Kino gejubelt und als er dann am Ende Flame On gesagt hat und es klar war, dass er nicht Cap war, sondern Johnny Storm, haben alle nur noch gegrölt und es war die beste Trollaktion in einem Cameo ever. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich das erst mit dem Pyro erst gecheckt, als die dann so gegenseitig ihre Kräfte aufgehoben haben. Vorher habe ich das, habe ich den gar nicht erkannt. Auch die Sabertooth-Nummer, die habe ich mir dann so, war der schon mal, stimmt, der war ja schon mal, ach Gott, in irgendeinem, wahrscheinlich war das dieser, der unsägliche X-Men Teil mit dem unsäglichen Deadpool drin. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Nicht ganz. Nicht ganz. Im ersten X-Men kommt dieser Sabertooth vor. Ah, okay. Und da wurde auch nie gesagt, dass Sabertooth der Bruder von Wolverine ist. Ja. Der Sabertooth, der nämlich in Wolverine von Leif Schreiber gespielt wurde, der ist der andere Sabertooth, weswegen der recastet wurde und der erste Sabertooth ist deshalb als Cameo noch mal vorgekommen. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, aber die eigentlichen Hauptcameos sind natürlich neben ganz vielen kleinen, die dann da noch mal so durch die Gegend hüpfen, weil sie in irgendwelchen X-Men-Filmen mal die Bösewichten hinten links waren, sind natürlich so die, die verschmähten Superhelden-Filme der Ende 90er, frühen 2000er und allen voran natürlich Jennifer Garner als Elektra, die das Pech hatte, also andersrum, die erst das Glück hatte, einen Spin-Off aus diesem unsäglichen Daredevil-Film zu bekommen, um dann eigentlich einen noch schlechteren Film mit Elektra hinzulegen. Ja. Und an ihr lag es nicht. An ihr lag es nicht, aber mich wundert auch, dass wir hier nicht den Original Daredevil hier bekommen haben. Ist okay, sie ist einer derjenigen vergessenen Misfits in dieser ganzen Reihe, die da mit reingebracht worden sind. Ähnlich wie Gambit ist es bei Elektra eher, dass alle den Filmkacke fanden und sie deshalb hier noch mal einen schönen Abschluss bekommt, den sie verdient hat. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich dann aus der Warte auch ganz schön. Ja, und dann haben wir den gerade eben schon angesprochenen Blade. Wesley Snipes ist auch wieder da. Ja, die ersten zwei Blade-Filme mochte ich ja durchaus. Der dritte, äh, not so much. Und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, das ist ja witzig. Und er hat ein bisschen abgenommen, glaube ich. Ein bisschen dünn geworden in die Hüften. Aber er kann es ja immer noch so, die coolen One-Liner, die genau für ihn gemacht sind, das passt ja alles noch. Aber habe ich mir so gedacht, hm, wollen die nicht einen neuen Blade machen? Und ist das dann nicht am Ende so ein bisschen so, also wäre ich der Schauspieler von dem neuen Blade, wobei ich nicht weiß, ob es schon einen gibt, aber wenn es schon einen gibt, wäre ich jetzt ein bisschen angepisst. Weil jetzt ist der alte Blade noch mal ins kollektive Gedächtnis reingekommen, den eigentlich schon alle vergessen hatten. Und fuck, und jetzt wollen die alle wieder den sehen. Ja, auch das ist wieder eine ziemliche, auch das ist wieder eine ziemliche Fangeschichte, die man nur kapiert, wenn man in ganzen Pressesachen gefolgt hat. Dafür ist dieser Film großartig, für jemanden, dem das alles bekannt ist. Also, es gab so ein bisschen auch ein Beef. Wesley Snipes, der hat sich immer wieder angeboten, als Blade zurückzukehren, aber er wurde nie angenommen. Und natürlich... Vielleicht ein bisschen weniger im Knast hätte auch geholfen, ne? Weniger Jailtime. Ein bisschen weniger im Knast hätte geholfen, aber er hat sich immer wieder angeboten für die Rolle und hat immer wieder gesagt, ich bin der einzig wahre Blade. Also hat auch so ein Online-Beef meistens gemacht und war auch ganz enttäuscht, dass er nicht für diverse Cameos an irgendwelchen Stellen mal reingenommen wurde. Und ja, muss ich ja sagen, Blade 1, großartige Verfilmung. Weiterhin immer auch noch einer meiner Lieblings-Comic-Buchfilme. Und der hat letztendlich dieses ganze Lack und Leder und die ganze Comic-Buch-Rensessons mit Marvel gestartet. Hat ein bisschen Pech dann mit dem dritten Film gehabt, aber nun gut, wenigstens hat er drei Filme bekommen. Der MCU-Blade ist seit Jahren in Entwicklung. Ohne Witz. Es wurde, ich glaube, um die Zeit von Endgame Mahershala Ali dafür angekündigt. Den man zum Beispiel aus Moonlight kennt. Der war A True Detective aus der Serie und der war auch in Daredevil, glaube ich, in der zweiten Staffel, nee, in Luke Cage in der zweiten Staffel war er sogar der Bösewicht. War er der Kattenmaufer? Oder ist? Der war einer, der eine, ich weiß nicht, welchen Charakter er dann nochmal gespielt hat. Wurscht. Also jedenfalls der Böse, einer der großen, wo dann Luke Cage auch gegen gekämpft hat auf der Straße und sowas. Jedenfalls versucht Mahershala Ali seit Jahren diesen Blade-Film auch auf die Beine zu stellen. Die haben diverse Regisseure verloren. Die haben diverse Skriptvarianten auch noch durchgearbeitet, aber sind bisher noch nicht da. Bis auf ein Mini-Stimmen-Cameo in den Eternals durfte er seinen Traum, Blade zu spielen, noch nicht wahrmachen. Deshalb auch dieser kleine Seitenhieb in dem Film von Blade selber, dass er irgendein Satz war da drin, der genau darauf angespielt hat, dass die MCU bisher noch nicht hinbekommen hat, Blade-Version rauszuhauen. Ja. Ich weiß auch, ich weiß, da war irgendein Satz, aber ich komme auch gerade nicht mehr drauf, aber wie gesagt, ich werde ziemlich angepisst. also come on, ja, weil jetzt will natürlich irgendwie so gefühlt wieder jeder Wesley Snipes zurück. Aber gut, ich brauche den jetzt nicht unbedingt, aber ich würde mich natürlich durchaus über einen Blade freuen. Der ist mit 60. Ja, der ist ja auch schon über 60. Ja, das sagst du, until 90. until 90. Ja, Harrison Ford ist ja auch jetzt ein MCU. Ja, exakt, an den musste ich nämlich die ganze Zeit denken, als er das jedes Mal betont hat. Ja, und was ich natürlich wirklich sehr nett fand, da habe ich dann an der Stelle überhaupt nicht mit gerechnet, ist natürlich, dass sie dann X-23 wieder zurückholen. Daphne Keen, wir haben sie gerade erst in Ecolite gesehen und schwupps, sie wieder hier durch die Gegend. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Das war nett. Unglaublich, die Schauspielerin ist erst 19 und hat schon so viele Franchises auf der Kerbe. In His Dark Materials hat sie ja auch die Lyra gespielt. Die ganze Serie hat sie sie getragen am Ende und krass, was man mit 19 Jahren schon erreichen kann. Tja, guck dich mal im Spiegel an, ne? Da siehst du nicht viel davon. Nein, ich habe doppelt so lange gebraucht und habe X-23 erreicht. Sein lausigen Nerd-Podcast für mittelalte weiße Männer, die sich über Dinge aufregen. Toll. Danke, Leben. Leider wurde ja X-23 schon gespoilert durch den letzten Trailer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, den hatte ich gar nicht gesehen, deswegen wusste ich es nicht. Ah, okay. Aber jetzt habe ich jetzt absichtlich nicht gesehen, aber den habe ich nur verpennt. Ich vermeide ja, jegliche Trailer noch zu gucken. Habe ich ja schon öfters gesagt, ich gucke mir nur noch die Teaser an und das war es. Leider kann ich es nicht vermeiden, wenn irgendwie so ein Scheiß wie IGN oder Comicbook.com in ihrem Feed irgendwelche Spoiler mit reinpacken. Und da war dann auch X-23 als Spoiler mit drin, was ich sehr enttäuschend fand, weil ich hätte mich nicht gerne spoilern lassen. Allerdings wurde der Spoiler auch durch sie selber initiiert. Warum? Sie wollte unbedingt bei der Premiere dabei sein und hat nämlich den Regisseur und Ryan Reynolds gefragt und ich möchte bei der Premiere dabei sein, aber dadurch spoiler ich alles, können wir nicht irgendwas machen? Und dann haben sie gesagt, okay, wir rufen mal Disney an, packen dich in einen finalen Trailer mit rein und dann darfst du bei der Premiere dabei sein. Ja, okay. Das Witzige ist ja, also abgesehen davon, dass der Film sehr lustig ist, wenn man auf diese Art von Humor steht, das muss man glaube ich auch dazu sagen. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ist nicht mein Humor. Und natürlich ist das halt Meta auf Meta auf Meta auf Meta Humor, ja. Also, wenn du da nicht wirklich schon einen hohen Nerdfaktor hast, dann checkst du die Hälfte der Gags ja gar nicht, ja. Allein diese ganzen Geschichten rund um den Verkauf von Disney an, von Fox an Disney und so weiter und so weiter. Ich meine, was da auch alles im Void, im Sand rum lag, ne, der alte Helm von, von, von Flash, ne, nicht von Flash, Ant-Man? Ne, von, ja, das ja auch über der, wer hat denn, wer hat denn in Marvel den geflügelten Helm auf? Ach, Thor, genau. Alter Helm von Thor lag rum, dann war ja, da hast du hinten rum diesen, diesen einen fliegenden Flugzeugträger da gesehen, diese, diese Dinger aus Avengers und so weiter. Also, allein was da im Sand rum liegt und bei Happy im, im Büro rum stand und so weiter und so weiter und so weiter. Rechtfertigt der Film ja im Grunde genommen fünfmal zu gucken, was ich nicht machen werde, weil so piech da jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht er piech drauf, den ganzen Kram jetzt nochmal zu sehen. Trotzdem hat er mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, wie ich es eingangs sagte, der Film leidet darunter, dass er eigentlich, ja, wenn du halt nicht dieses ganze Wissen mitbringst, dann ist er, glaube ich, nur halb so lustig. Dann funktioniert auch, dann kann es auch sogar sein, dass dann vielleicht so die Gornis überhand nimmt, weil du halt nicht abgelenkt wirst von den Gags in der Gornis, weil du sie nicht verstehst irgendwie und dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, damit kann ich nichts anfangen. Und würde ich auch jedem sagen, ja, kann ich gut verstehen. Im Hintergrund sind da ja Cameos, wo sich dann nur Fanboys drüber freuen. Headpool, der fliegende Schädel von Nathan Fillion, damit irgendwie seine dritte oder vierte Rolle im MCU, die Sprechrolle meistens new. Cowboypool, vor wurde von Matthew McConaughey gesprochen und Lady Deadpool von Blake Lively, der Frau von Ryan Reynolds und solche Sachen kommen da dann vor. Also das ist ein Cameo-Fest sondergleichen und es wird Fanwissen belohnt und es wird also es wird Fanwissen enorm belohnt und das macht einfach riesig viel Spaß an diesem Film. Ich bin auch mit leicht säuerlichem Geschmack da rausgekommen und habe mich gefragt, hat das jetzt als Film funktioniert oder wurde ich jetzt einfach nur die ganze Zeit blidensighted durch alle Witze, die da drin vorkamen und durch mein Insider-Wissen und ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich funktioniert er nur mit Insider-Wissen, aber als Komödie mit Insider-Wissen funktioniert er unglaublich gut und macht unglaublich viel Spaß und belohnt wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, auch nochmal erneutes gucken und ich werde ihn zwar auch nicht nochmal im Kino gucken, aber am Ende habe ich mir gesagt, okay, es ist eine Komödie, sie will eigentlich gar nichts weiter erreichen, es ist irgendwie bewusst vom MCU zugetrennt, es ist kein, Deadpool ist kein Marvel-Jesus am Ende gewesen, es ist eher so der Highland für die alten Fox-Charaktere und das ist, okay, nachdem ich das akzeptiert habe, könnte ich diesen Film neun bis zehn von zehn Punkten geben, weil er einfach im Kino tierisch viel Spaß macht. Und genau das würde ich auch so unterschreiben, er macht an der Stelle einfach Spaß, die große Filmkunst ist es nicht, aber das will er auch gar nicht sein und im Rahmen dessen funktioniert er und er leistet sich auch visuell, optisch und auch bei den Effekten keine großen Schwächen, da ist mir also wirklich jetzt nichts irgendwie sauer aufgefallen, es sind definitiv auch ein paar nette Sachen dabei, also wurde auch wirklich unerwartet ein bisschen das Ganze um die Ecke kommt, ja, ich meine, das Forever Nerd Girl hat sich sehr gefreut, dass auch mal ein Honda eine tragende Rolle in einem Film spielt, ja, das war natürlich auch sehr lustig, ich hätte mich, für mich wäre es noch das Ober-i-Tüpfelchen gewesen, wenn wir dann am Ende noch, na, wie hieß die Schauspieler, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, von Loki, Female Loki, wie hieß sie? Achso, ja, aber die hätte da jetzt nicht reingepasst, die, ja, ja, ich weiß, wie du meinst, ich komme gerade auch nicht auf die, Sophia Di Martino, ja, die hätte da nicht reingepasst, das war nicht ihr Film, die TVA war ein, war ein Vehikel für das Plot erzählen, man hat ein kleines Cameo von der P-15 bekommen, aber das mehr musste, musste auch nicht sein, selbst der Mr. Paradox, der muss einem als TVA-Gucker nichts sagen, also, es wäre, es ist, es war okay, hätte man Loki vorher gesehen, aber es ist nicht zwingend notwendig gewesen, es ist viel notwendiger gewesen, alles Alte zu kennen, als alles Neue zu kennen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also von daher, ich fand den nett, also durchaus mehr als nett, der hat mir gefallen, war wirklich ein, ein spaßiger Film, er hat allerdings meine durchaus vorhandene Superhelden, ich sag mal, Müdigkeit, vielleicht nicht, aber Superhelden-Schläfrigkeit, nur bedingt geweckt, weil für mich einfach Deadpool immer so ein bisschen außer Konkurrenz läuft. Und ich bin aber ehrlich gesagt froh, als ich diese Ankündigungsgeschichte jetzt auf der Comic-Con dann gesehen habe, dass man die Frequenz deutlich zurückschraubt, denn wenn ich halt nichts zu erzählen habe, dann nehmt euch lieber zwei Jahre Zeit, dann kann ich es auch mehr würdigen, dann ist es auch wieder ein schönes Nerdfest und dann freue ich mich auch drauf, als wenn da jetzt wirklich alle naslangen MCU-Filmen rauskamen, der halt dann einfach nur mittelmäßig ist und das waren sie am Ende mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich alle. Also hier Shang-Chi fand ich ja wirklich als Abenteuer sehr schön und das hat mir als Abenteuer-Film auch wunderbar gefallen, aber den habe ich halt einfach nicht im MCU gebraucht. Also der wird ja auch fast gar nicht so jetzt wirklich benutzt und vielleicht kommt er jetzt nochmal, mal schauen, mit Kamala und so weiter, mit dem Armreifen etc. Aber das war so ein Film, der läuft für mich auch so ein bisschen außer der Reihe. Den würde ich aber zum Beispiel eher nochmal gucken, als jetzt ein Deadpool-Film. Warum? Weil der für mich auf so einer Indiana-Jones-Abenteuer-Ebene funktioniert. Und da ist der einfach unterhaltsam. Das Problem sind vielleicht noch nicht mal die Filme gewesen. Ja, wir hatten ein paar Gurken dazwischen. Wir hatten so ein Eternals. To All Love and Thunder war echt nicht gut. Und so ein Quantumania. Ja, da hat ehrlich gesagt, Wakanda Forever war okay. Dr. Strange war okay. Aber auch nicht mehr als okay. Wir hatten immer so ein paar Okay-Filme in allen Phasen dabei und ein paar richtig gute Highlights. Aber das hat sich so verbunden. Und dadurch, dass immer mehr auf Disney Plus gewandert ist, in die Serien rein, ist so ein Verwässerungsgrad, hat das stattgefunden, der ist nicht mehr schön gewesen. Und deshalb sind viele auch am Ende müde gewesen. Und ich glaube und ich hoffe, dass MCU bekommt nach Secret Wars nach 2028 mal das verdiente Reboot, was sie brauchen, mit wirklich einer Rücksetzung. Sie haben es versucht, indem sie sowas wie die ganze Zeit die Young Avengers anteasern oder so. Aber da ist es, die haben zu wenig Rollbedeutung in den ganzen Filmen gehabt und dann wieder zu viel als Nebenrolle, als wichtiges, was man behalten muss. Und dieser Mix funktioniert da einfach nicht. Hat nicht funktioniert in Phase 4 und Phase 5. Ja. Aber anscheinend liest man Kommentare und hört unseren Podcast. Deswegen machen sie es besser. Und von daher freuen wir uns wieder mal so ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft zu gucken. Wie gesagt, ich bin skeptisch, was diese Downey Jr. Nummer angeht. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber okay. Gut. So ist es halt. Gut. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben. Schreibt uns doch mal, ob euch der Film genauso gut gefallen hat wie uns. Das Ganze könnt ihr tun an info at nerdizismus.de Ihr könnt auf unseren Discord gehen nerdizismus.de slash Discord. Ihr könnt mal ein T-Shirt kaufen bei nerdizismus.de slash Shop. Oder ihr schreibt uns zum Beispiel eine WhatsApp. Das könnt ihr machen an die 01525 964 7709. WhatsApp oder Sprachnachricht kommt beides an. Da wollen wir natürlich eure Meinung zum Ganzen hören. Hier bei uns geht es jetzt demnächst weiter mit Hours of the Dragon oder je nachdem, wann ihr das gehört habt, geht es dann vielleicht auch weiter mit Rings of Power oder mit Joach, geht doch mal zurück und hört euch die letzte Folge zu Die Ecolight an. Bei Star Trek geht es weiter. Also von daher, hier wird es nicht langweilig werden. und in diesem Sinne macht dort bis die Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. von track ist eine Produktion гар an. Mit solgök Robbund Doch wir sind da�� sehen. In unserem Ukuga una aus creativ 결과 Letz